und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mein name ist das ist und ich habe ein neues video für euch dieses video so ganz kurz und ganz schnell werden ihr werdet ja sehen wie lang das ist bevor es aber los geht kann ich euch wirklich nur empfehlen diesen kanal zu abonnieren falls ihr neu sein solltet so jetzt geht es aber auch direkt schon los und zwar geht es in diesem video darum wie ihr eine maske oder eine brille oder irgendwas unter den helmen bekommt oder ja eine maske unter dem helm oder unter den hut oder mehrere sachen dieser art übereinander ziehen ist und zwar was sie machen ist jetzt zieht euch einfach eine maske auf lauf zu einem teleskop drückt die nach rechts die taste die falltaste nach rechts auf der auf der playstation beim pc ist es eh und sobald ihr da gerade hin will wie ich dann bewegt ihr euch so dass ihr nun mal nicht rein geht ja oder ihr könnt auch noch das interaktionsmenü aufmachen dann auf jeden fall prächtet diese handlung sozusagen ab dann geht die maske weg und ihr könnt aufziehen was ihr wollt einen helm eine brille da habt ihr alle zeit der welt dann geht ihr ein stückchen weg und ihr seht die maske spawn zurück und schon wieder habt ihr so ein outfit wem das jetzt gefällt ist halt wirklich geschmackssache ich finde das was ich jetzt hier gemacht hat nicht so geil aber sobald ihr dann im interaktionsmenü irgendwas anderes wieder macht es ist halt wieder weg das heißt ihr müsst ihr outfit einfach speichern und dann könnt ihr das natürlich immer wieder bekommen ich hoffe euch hat das kurze kleine video gefallen und ihr lasst ein abo und ein like auf jeden fall da schreibt mir in die kommentare ob es bei euch geklappt hat und wie ihr das ganze findet wenn ihr mehr solche outfit klitsche haben wollt schreibt es mir in die kommentare und bis zum nächsten mal haut rein dann geht es mir in die kommentare und bis zum nächsten mal rein